Ihr denkt, es ist Zeit für ein Märchen? Ich denke das auch. Und darum erzähle ich euch jetzt eins. Ich erzähle euch heute das Märchen von dem gestiefelten Kater. Und das geht so. Da war mal ein Müller, der hatte eine Mühle, einen Esel und einen Kater. In der Mühle wurde das Korn gemahlen zu Mehl. Der Esel trug die Säcke. Und was machte der Kater? Na, der fing natürlich die Mäuse. Davon gab es viel in der Mühle. Als der Müller starb, vererbte er seinen drei Söhnen diese Dinge. Der älteste Sohn bekam die Mühle, der zweitälteste Sohn bekam den Esel und der dritte bekam den Kater. Und da sagte der jüngste Sohn, ach so ein Ärger, was habe ich denn da für eine Erbschaft gemacht? Mein ältester Bruder, der kann Korn malen in seiner Mühle und Geld damit verdienen mit dem Mehl. Der zweitälteste hat einen Esel, auf dem er reiten kann oder der Säcke tragen kann. Und ich, ich habe nur diesen blöden Kater. Der ist doch zu gar nichts gut. Ich kann mir vielleicht aus seinem Fell ein paar Handschuhe machen lassen. Der Kater hörte das und plötzlich begann er zu sprechen. Er sagte, Miau, Müllers Sohn, du musst nicht mein schlechtes Fell verkaufen. Ich habe eine bessere Idee. Lass mir doch ein paar Stiefel machen von deinem letzten Geld. Das soll nicht zu deinem Schaden sein. Der Müllers Sohn dachte, was ist das denn für eine verrückte Idee? Ein Kater, der sprechen kann? Ein Kater, der Stiefel haben will? Aber er dachte, was soll's? Ich habe nichts zu verlieren. Ich werde es ausprobieren. Er rief einen Schuster herbei und der Schuster machte dem Kater schöne Stiefel. Da zog der Kater die Stiefel an, stellte sich auf zwei Beine wie ein Mensch, nahm einen Sack und ging zur Tür hinaus. Es regierte damals in diesem Land ein König, der aß für sein Leben gerne Rebhühner. Aber diese kleinen Hühnchen waren sehr scheu, es war sehr schwer sie zu fangen. Der ganze Wald war voll davon, aber es gelang keinem, sie zu fangen und den König zu bringen. Und was machte unser Kater? Der Kater, der ging mit seinem leeren Sack geradewegs in diesen Wald hinein. Im Wald stellte der Kater den Sack auf und streute Körner hinein. Dann legte er sich leise auf die Lauer und wartete auf die Rebhühner. Da kamen sie auch schon angetrippelt. Sie pickten die Körner auf und eins nach dem anderen wanderte in den Sack. Endlich hatte der Kater genug Rebhühner in seinem Sack. Er machte schnell den Sack zu und brachte die Rebhühner zum Schloss. Die Wachen wollten ihn erst nicht einlassen. Aber dann sagten sie, ach was soll's, dieser lustige Kater kann vielleicht unseren König etwas aufmuntern. Der hat immer so schlechte Laune, weil er keine Rebhühner bekommt. So ging der Kater direkt zum König. Er verbeugte sich tief und dann sagte er, Miau, Herr König, dies ist ein Geschenk von meinem Herrn, dem Grafen, mit freundlichen Grüßen. Der König staunte über den Kater und über diese vielen leckeren Rebhühner. Er war so glücklich, dass er dem Kater viel Gold dafür gab. Und er sollte seinen Herrn, den Grafen, recht herzlich grüßen und bitte wiederkommen. Der Kater ging zurück zu den Müllerburschen. Der Müllerbursche saß in seiner Stube und war recht missmutig. Was habe ich nur gemacht, dachte er. Mein letztes Geld habe ich für diese Stiefel ausgegeben. Was für eine unnütze Idee. Dieser dumme Kater, der ist mit den Stiefeln auf und davon und jetzt sitze ich hier. Aber da kam der Kater zur Türe herein. Er nahm den Sack vom Rücken und schüttete das ganze Gold vor dem Müllers Sohn aus. Der staunte nicht schlecht. Der Kater sagte, Miau, das ist ein Anfang. Ich will dir noch mehr Geld holen und dann sollst du Graf werden. Wart's nur ab. Am nächsten Tag ging der Kater wieder ins Schloss mit Rebhühnern und er bekam wieder Gold. Und so ging das eine ganze Weile weiter. Der Kater ging im Schloss ein und aus. Und irgendwann saß er einmal in der Küche. Da hörte er, wie sich die Dienstboten in der Küche unterhielten. Ich wollte der König und die Prinzessin werden beim Henker, sagte der Kutscher. Ich dachte, ich habe heute meinen freien Tag. Und jetzt soll ich die beiden in der Kutsche herumfahren. Sie wollen zum See. So ein Ärger. Der Kater, der das gehört hatte, schlich sich schnell aus der Küche heraus. Er lief nach Hause und sagte zu dem Müllerburschen, Hör mal, wenn du ein echter Graf werden willst und sehr reich, dann tu jetzt, was ich dir sage. Geh schnell zum See und bade darin. Der Müllerbursche wusste nicht, was der Kater damit bezweckte, aber er tat, was der sagte. Er ging zum See, zog sich splitternackt aus und ging in das kalte Wasser hinein und badete dort. Der Kater aber nahm schnell die Kleider des Müllerburschen und versteckte sie. Da kam auch schon die Kutsche des Königs vorbeigefahren. Der König saß darin und die Prinzessin. Sie genossen das schöne Sommerwetter und kamen an dem See vorbei. Da kam der Kater herbeigelaufen und rief und weinte und lamentierte, Herr König, Herr König, oh bitte helfen Sie mir. Der König ließ die Kutsche anhalten. Der Kater rief, ach Herr König, es ist etwas Schreckliches geschehen. Mein Herr, der Herr Graf, ist in diesem See baden gegangen und da ist ein Dieb gekommen und hat seine Kleider weggenommen. Und jetzt kann er nicht aus dem kalten Wasser heraus, denn er ist ja splitternackt. Aber wenn er nicht bald aus dem Wasser kommt, dann wird er sicher kälten und sterben. Der König sagte, oh, ist das der Herr Graf, der mir schon immer diese schönen Rebhühner geschickt hat? Ich muss ihm unbedingt helfen. Er schickte los, dass jemand Kleider holte aus dem Schloss. Und da wurden sehr schöne, prächtige Kleider aus dem Schloss geholt, die durfte der Müllerbursche anziehen. Und als er so schön angekleidet war, da sah er schon aus wie ein Graf und er durfte sich in die Kutsche setzen. Die Prinzessin freute sich, denn der Müllerbursche war ein schöner Mann. Und da fuhr die Kutsche wieder los. Der Kater aber war schon vorausgelaufen. Der Kater kam zu einer großen Wiese, auf der viele Menschen arbeiteten. Er rief den Leuten zu, hey, ihr Leute, wem gehört denn diese große Wiese? Die Leute sagten, das gehört alles dem großen Zauberer. Da sagte der Kater, wenn die Kutsche des Königs vorbeikommt und ihr gefragt werdet, wem das gehört, dann sagt ihr, das gehört alles dem Grafen. Sonst werdet ihr alle aufgefressen. Dann kam der Kater zu einem großen Kornfeld. Hey, ihr Leute, rief er, wem gehört denn dieses ganze Korn? Die Leute sagten, das gehört alles dem Zauberer. Da sagte der Kater, wenn gleich die Kutsche des Königs kommt, dann sollt ihr sagen, das gehört alles dem Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr alle aufgefressen. Dann kam der Kater zu einem großen Wald, in dem viele Menschen arbeiteten und Holz hackten und sägten. Hey, ihr Leute, rief der Kater, wem gehört denn dieser große Wald? Die Menschen sagten, das gehört alles dem großen Zauberer. Da sagte der Kater, wenn der König gleich vorbeikommt in seiner Kutsche, dann sollt ihr sagen, das gehört alles dem Grafen. Sonst werdet ihr alle aufgefressen. Der Kater kam zu dem Schloss des Zaubers. Er trat vor den Zauberer und verbeugte sich tief. Er sagte, ja, großer Zauberer, ich bin von weit her gekommen, um euch zu bewundern und eure Künste zu sehen. Dass ihr euch in jedes Tier verwandeln könnt, habe ich gehört. Nun, was einen Wolf, einen Bär oder einen Fuchs betrifft, kann ich das gerne glauben. Aber so ein großes Tier wie ein Elefanten, das schafft ihr nicht. Ein Elefant? Ein Elefant ist für mich eine Kleinigkeit. Siehst du? Schon habe ich mich in einen Elefanten verwandelt. Kein Problem. Oh, das ist großartig, sagte der Kater. Aber könnt ihr euch auch in einen Löwen verwandeln? Natürlich kann ich das, sagte der große Zauberer. Siehst du, das ist gar kein Problem. Oh, das ist wirklich großartig, sagte der Kater. Könnt ihr euch denn auch in etwas ganz Kleines verwandeln, wie eine Maus? Da verwandelte sich der Zauberer in eine Maus und habs, fraß der Kater ihn auf. Inzwischen erreichte die Kutsche des Königs die Wiese. Der König ließ anhalten und rief, Hey, ihr Leute, wem gehört diese große Wiese? Und da riefen die Leute, das gehört alles dem Grafen. Da staunte der König und sagte, Oh, Herr Graf, ihr habt eine große Wiese. Dann kam die Kutsche an dem großen Kornfeld vorbei. Der König ließ anhalten und rief, Hey, hey, ihr Leute, wem gehört denn all dieses schöne Korn? Da sagten die Leute, das gehört alles dem Grafen. Der König staunte, Herr Graf, ihr habt aber ein schönes Feld. Dann kam die Kutsche des Königs an dem großen Wald vorbei. Der König ließ anhalten. Er rief den Leuten zu, Hey, ihr Leute, wem gehört dieser große Wald? Das gehört alles dem Grafen, riefen die Leute. Der König sagte, Herr Graf, ich staune, Ihr habt aber einen schönen Wald. Endlich erreichte die Kutsche des Königs das Schloss des Zauberers. Und als sie davor hielten, kam der Kater herausgesprungen und verbeugte sich und rief, Herzlich willkommen, Prinzessin und Herr König, im Schloss meines Herrn, des Herrn Grafen. Da staunten alle sehr, am meisten wahrscheinlich der Müllerbursche. Sie stiegen aus der Kutsche aus und der Kater führte sie in das prächtige Schloss. Der König war sehr beeindruckt und sagte, Herr Graf, euer Schloss ist ja noch schöner als meins. Da wurde der Graf der Prinzessin versprochen und sie durften heiraten. Und als der alte König starb, da wurde der Graf König und er regierte sein Land gut. Und der erste Minister, das war der gestiefelte Kater. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie heute noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020